So, nochmal willkommen zu einem neuen Video auf die Kanalkommission Uhr. In diesem Video haben wir jetzt mal gedacht, spielen wir heute mal Minecraft Crap. Also Minecraft Scheiße. Oh, dann fangen wir nicht mal an. Muss man hier machen. Auf jeden Fall, ich kriege mal kein Blöcke ab. Irgendwie auf jeden Fall. Das will gerade irgendwie nicht funktionieren. Ja, mit WSD weiß ich kann ich bewegen. Mit W kann ich springen. Kann ich jetzt hier... Ah, jetzt kann ich die Blöcke abbauen. Aber kein Holz. Warum kann ich kein Holz abbauen? Äh, kann ich auch. Was, wenn ich... Ja, super. Wasserstürz, wie? Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich... Kann man sogar... Ne, man kann Blöcke nicht aus den Fernerrand schnell abbauen. Doch, kann man abbauen. Was ist, wenn ich mich jetzt eigentlich runterbaue? Wow. Alter, dieses Minecraft Fake Spiel ist ja... Bei diesem Game, das ungefähr Minecraft sein soll, ist aber richtig kacke. Finde ich. Ja, die machen gar nichts. Toller Spawner. Und ich habe auch null Herzen. Ich verstehe dieses Spiel auf jeden Fall nicht. Ich kann auf jeden Fall ganz viel Erde bauen, das bringt ja nichts. Ja, jetzt bin ich hier, die machen gar nichts. Ach, jetzt, um den hängen ja fest. Ja, das ist wahrscheinlich schon... Das war schon von Minecraft Crap. Ich weiß nicht, was ich sonst so machen soll. Also, wenn solche Bewertungen... Aber es ist bestimmt, weil es... Es ist einfach schlecht. Ich wollte einfach nur mal kurz Minecraft Crap, dieses schlechte Spiel, zeigen. Und das sollte nur als Spaßvideo gelten. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.